Die haben mehr als verdient den heutigen Sieg. Wir haben uns einiges vorgenommen, aber heute war sicher nicht unser Tag. Wir haben fast alles, was möglich war, falsch gemacht. Was Angriff, Leistung betrifft heute, war das miserabel. Wir haben ja so viele Fehler gemacht, die überhaupt nicht gute Bewegungen gefunden haben. Wir haben eigentlich Gummersbach vor eine sehr einfache Aufgabe gestellt, ohne den Sieg von Gummersbach zu schmälern. Aber das war heute wirklich sehr, sehr einfach. Ich hoffe einfach, dass die beiden Mannschaften in der Liga bleiben. Es wird noch ein relativ großer Kampf da für uns gegen Eisenach und Gummersbach hat auch eine schwere Aufgabe. Aber wenn die beiden das schaffen, wäre ich überglücklich, weil es eine sympathische Mannschaft ist und unsere Mannschaft soll auch da bleiben. Ich werde sicher mit meiner Mannschaft so ein Spiel gut analysieren, um zu zeigen, was wir alles falsch gemacht haben. Und das war einiges. Ich glaube, ich müsste so zwei, drei Hefte vorbereiten, weil es gibt nur einiges aufzuschreiben.